In diesem Video möchten wir unser Holz-Aluminium Fenster mit einer Fixierung mit Panoramablick präsentieren. Das DH92108 Profil, das Sie sehen, ist für Niedrigenergie oder Passivbauten mit einem sehr interessanten minimalistischen Design konzipiert, bei dem der Fensterrahmen mit dem Flügel, auf der Ebene und mit versteckten Sicherheitsgelenken liegt. Profil verbindet Holz- und Aluminiumprofil mit Dreifachverglasung. Das Fenster garantiert eine hohe Wärmedämmung und maximale Energieeffizienz. Der Vorteil der Öffnung eines Fixierfensters ist die Möglichkeit, die Verglasung eines größeren Raumbereiches mit der Möglichkeit der Öffnung und Belüftung des Raumes zu kombinieren. Fenster eignen sich für Hausbesitzer, die das Bild der Außenwelt und den großen Ausblick genießen.